Wenn du dich für den ASICS Gel Cumulus 15 interessierst, gehörst du vielleicht zu der großen Gruppe, die schon seit Jahren auf diesen Schuh schwören. Passend zur Jahreszeit wurde der Alleskönner mit Wind- und Wasser abweisenden Gorotex Material ausgestattet. Die durchgehende Sollight Zwischensohle erhöht den Tragekomfort und passt sich dem Läufer individuell an. Die Geldämpfungen im Vor- und Rückfuß ermöglichen das typisch sanfte ASICS Laufgefühl. Auch auf harten Untergründen läuft es sich damit sehr komfortabel. Die Sohlenkonstruktion mit der langgezogenen Guidance Line vermitteln dir beim Laufen das Gefühl, flexibel und effektiv unterwegs zu sein. Der ASICS Gel Cumulus 15 GTX kann schnell dein Lieblingsschuh werden, auch bei schlechtem Wetter. Du erhältst ihn in allen Runners Point Filialen oder direkt bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.